Ich wurde in unserer Heimat Es heißt allerdings auch Ich bin sehr beeindruckt, Van Helsing. Sie sprechen das alte Moldawisch. Nun, Gentlemen, ich möchte mich dann verabschieden. Wie ich sehe, Van Helsing, sind Sie ein Mann, der gerne das letzte Wort hat. Aber auf solche Kinderreihen werde ich mich wahrhaftig nicht einlassen. Walashgoy. Es ist völlig belanglos für mich, wer hier das letzte Wort hat. Wohlabdick! Es ist schon recht spät. Ich schlage vor, dass wir unsere Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber, Lutzer! Welch eine Arroganz! Da kann es einen nicht wundern, dass diese dekadente Aristokratie langsam ausstirbt in diesem Teil der Welt. Fuster! Gentlemen, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Der Vampir ist immer noch unter uns. Sie dürfen nicht vergessen, dass er verschlagen ist. Er verfügt über die Weisheit von Jahrhunderten. Und das Wichtigste von allem, er ist einer, der niemals aufgibt. Tschörein, ja. Oh, dieser Mensch. Er gibt einfach niemals auf.